Ich springe ab, wo soll ich hin, wo soll ich landen? In der Lobby war ich gerade noch am Tanzen In Trinity Power kann sich keiner mehr verstand Und heute hat es sofort ein bisschen Roi Es hat sich jetzt perfekt ausgegangen mit dem Intro Und ja, ich wurde gerade davon gebrankt von einem Kumpel von Zero HD Also von Ascolter Nicht der echte, aber ich darf ja seinen echten Namen ja nicht sagen Und ja, ihr wisst ja, Datenschutz Und ja, sein Kumpel hat mich halt so gebrannt Ich dachte ehrlich Leute, es wäre alles Roi Ehe, ich sehe sie Man hat mich ja nicht versonst Ja, man kann mich nicht sagen Ja, die drei Jahre, die Brüten und Befaukel sind Nach dem Auto gewünscht Dort gewünscht Und für uns den Brüten eines representa Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich hoffe jetzt keine Verlosen ich hoffe jetzt Ok Leute, es sollte angeblich in FESCHEN 4 um ALIEN zu gehen. Viele haben es nicht geglaubt, aber ich meine, um zu behalten. Es wurde herumgesprochen, aber es wurde nicht unterbrochen. Aber ich glaube, dass es wirklich Superhelden kommen. Es sollte auch einen Joke angeblich geben. Was ich nicht glaube an Joker wäre in Fortnite. Ist ja unrealistisch. Und ich habe da Angst, dass es da eine Jugo ist, ne? Äh, Ölfeleute. Ich brauche mal ein bisschen Materialien, weil ich gehe jetzt da runter, ey. Okay. So weiter. Bei mir geht da gleich die Balkonhaut hoch. Oh, ich habe ja keine Materialien. Es könnte gefährlich werden ohne Materialien. Wenn Gott wüsste, also ein Bruder noch so klein ist, hätte er nicht krank gemacht. Oh, Junge. Oh, ich habe gerade einen Snapbox. Also das hat doch auf jeden Fall keinen Good Name. Das hat man doch gesehen. Oh, ich habe gerade einen Snapbox. Also das hat doch auf jeden Fall keinen Good Name. Das hat man doch gesehen. So weiter. So weiter. Genieße die Natur in der Stadt. Nur eine Ikone. Kann man eine Ikone schicken. So, so. 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 Eko, hast du Rettet die Welt? Warte, mal seitlich mal an Lise. Ich habe keine Rettet die Welt. Du weißt es. Na, weißhst du nicht? Na, ich weiß es nicht. Oh, ich habe sogar schon mal gesagt, ich habe keine Rettet die Welt, habe. Hast du nicht? Ich bin gerade im Video. Wir haben genug und Musik schicken. ganz bildet weißt du ich muss mich bei konzentrieren So Leute, ihr habt mein Kumpel gerade gehört, er verkennt mich mal hier kurz, die müssen hier, die müssen hier immer herumfuchten, weißt du, das hier, und dann sterb ich auch letztendlich, wenn man mich kennt. Oh Gott, ist sie so eifert! Ich weiß ja schon, wie da einer kommt, ne? Ja, ich hör's doch, dass einer da wieder herkommt. Könnt ihr mal Ruhe geben, ihr Kackgegner, ey! Ey, die lassen mich nie in Ruhe, ey! Über 1000 Radfahrer kommen alljährlich zu Schaden und oftmals sind Autofahrer daran schuld. Die Rettungskräfte haben heute mit einem Unfall aufgrund überhöhter Beschwindigkeit zu tun, dass sich vor ihren Augen schreckliches Ziel... Jungen! Jungen! Oh Gott, was passiert? Mit zwei Verletzungen? Ein Autofahrer fährt nicht mehr. Dann hoher, aber wo genau sind Sie? Die Rettungskräfte sind in der Ring durch 129 Metern. Aber es versucht sie zählt, wie ein Auto vorzunehmen. Der Anrufer war im Garten, als er plötzlich einen lauten Knall und quietschen der Reifen gehört hat. Eine Pkw-Fahrerin ist frontal gegen eine Lateranfahne geknallt. Vor ihrem Auto liegt ein schwer verletzter Anfahrer auf der Straße. So, die bewegen sich jetzt erstmal nicht mehr. Was ist denn hier passiert? So, wie sie sind erst mal geworden. So, Stacheldraht, erstmal Bolzen schneiden. So, was ist mit ihnen passiert? Sie waren der Fahrradfahrer. So, ich habe den ersten, der erste hat den Kurs gar nicht verstanden. Der Umfang war natürlich sehr sehr schwer, dass er sich bei dem Sturz in den Stacheldrahtsaun verwickelt hatte. Der Stacheldraht war komplett in seinen Körper gewickelt, sodass wir zunächst im Herbstahl mittels Bolzenschneider aus der Lage befreien mussten. So, Sie haben sich davon alles verinnern? Ja, ich habe gewonnen. Sie haben gewonnen. Segen Sie gut Luft, sagen Sie mal. Ja, ich bin gut. Machen Sie mal Punkte auf. Ja, ich bin gut. Ja, ich bin gut. Ja, ich bin gut. Ich bin gut. Ja, 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 ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ja, ich bin gut. 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 Nein, 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 nein. Ja. ... die mit einem Kabel verbunden war, mit dem eigentlichen Elektroantrieb, dass man das durchschlussig wird. Das war nicht serienmäßig, diese Fummel. Ich bin ja offiziell gerade eingegangen. Ja, ich hab die jetzt gerade. So, Sie geben mal den Kollegen Ihre Personalien. Wir gehen jetzt mal in die Luft. Alter, Solo vs. Solo 10 Case. Motherfucker. Aha. Jo. Wann halt, ich war so ein Pro, Junge. Ich bin noch ein Pro. 10 Case, Jalla. So. Leute. 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 Ihr habt ein Follower Solo-Fig gemacht. Ja. Alter. Naja. Naja. Erster. Solo. Basis. Solo-Sieg. Da finden Sie schon elf Sieger. Also Leute. Ein Daumen hoch. Weil ich einen Wind geholt habe. Tschau Leute. Bis bald.